Sind alle gierig, bis dem geht nimmer. Kein Level-Aufstieg, ein Wahnsinn. Gibt's ja nicht. Frechheit, frechheit. Ich hab eh auch alles weggeben. Bin ich jetzt eh so ein bisschen... ...äu, Leuchtpistole, da kannst du mal scheißen, gell. Leuchtpistole kann aber sonst so hinstecken. Ist wieder so viele von denen da auch. Ist ein Wahnsinn. Ist auch ein bisschen wieder ein Quich, das ist ja das. Kleidung. Sturme. Das, das, das gibt noch weg. Das gibt auch noch weg. Das gibt auch noch weg. Sonst. Ja. Würde sagen, Werkstatt. Wie schaut's denn aus? Moral, Größe, Wasser, Leute. Würde ich mir sagen, machen wir jetzt mal eine gescheite Hütte, hätte ich gesagt gehabt. Ja, alles einmal weg. Mit den Hütten, die mir wirklich so richtig schön ausschaut. Damit wir da vielleicht was Barzl kennen oder irgendwas in der Richtung. Wäre schon ein Hüt. Damit wir wirklich was Schönes vor uns haben. Das ist aber so ein Ousschrot. Tierdaken, Ouss. Am liebsten würde ich da noch so Rasen mähen oder so. Bin ich ganz ehrlich. Wird da wohl beinahe so Rasen mähen oder irgendwas in der Richtung. Dächer, Treppen, sonstiges. Was ist sonstiges? Mhm. Okay. Ah, dann mach ich's mir lieber selber. Wie steppert. Das geh ich von irgendwo. Das machen wir lieber selber. Ah, ja. Alles klar, Digga. Gibt's so auch so Eckerl? Dann spüle ich mich so ein bissl. Nein? Steppert, wie würde ich in irgendeiner Kiste sein oder sonst was? Ui. Nee. Ja, passt. Aber ehrlich gesagt dann nicht irgendwie zum Rest. Weiß nicht, das passt dann irgendwie nicht zum Rest. Finde ich persönlich. Ja, lass auf. Danke. Danke, Digga. Das gefällt mir noch nicht. So, passt. Die brauchen ja ein Dach übern Kopf. Das ist ja das nächste. Die brauchen ja sowas. Holz und alles drum und dann haben wir mehr als genug. Ja, sag ich ja. Da haben wir keinen mal. Ha, ha. Haben wir keinen Level abhauen, Alter. Bistap oder der Chef. Höchstpersönlich, Alter. Ich mach das jetzt, Alter. Ich mach das jetzt, Alter. Ich mach da... Ah, hinten da, Alter. Bistap oder das wird was. Vielleicht sogar noch mit Wände oder irgendwas. Das war super Böden. Was hast du so für Böden? Kann ich nicht so drauf platzieren, gell? Scheiße. Das taugt mir nicht. Das taugt mir nicht. Wir können ja sowieso noch was drüber basteln. Das ist ja wieder das nächste. Ja, genau. So einmal, zweimal. Oh, das wird ja hitten werden. Das sagst du. Bistap oder da. Na, gescheiten Boden. Sodass du so richtig so schön willkommen fühlst. Wände. Ganz, ganz wichtig. Ah, kann ich eh basteln. Was hast du denn da noch so alles für Wände? So einmal so ein gescheites Tier oder irgendwas wäre super. Genau. So hast du denn da so alles so schönes. Äh, das ist meistens so wie es für ein Wäscher war, ok? Also schick, stell immer was anderes davor. Ja, das ist aber super. Einmal ganz nach links. Und dann einmal wieder ganz nach rechts. Mhm. Weil da passt ja ein Eingang auch. Das geht ja nicht. Wir wüssten da reingekommen. Ok. Schick. 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 Mach einfach die Wand weiter. Super. Macht zwar keinen Sinn, aber mach es einfach mit der Wand weiter. Alles klar, Digga. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Dann machen wir auch noch weiter. Das ist sicher, Alter. Katschin, Katschin. Ja, so schaut's aus. Wissst du eben, du hast wieder Potzen hinten. Ich sagst, Alter. Das ist wert. Das geht nicht. So, ich hab da noch gesehen gehabt. Irgendwer wollte was von mir. Irgendwas haben wir noch gesehen gehabt. Ja, der schickt mir sowieso gleich wieder woanders die. Aber super. Schau mal noch ganz kurz. Ich hab da noch gesehen gehabt. Entweder ich krieg das jetzt so die Nachricht. Beziehungsweise machen wir mal kurz das Level ab. Machen wir mal kurz das Level ab. Und dann schauen wir weiter. Wir waren da, oder? Ja, ja. Wir waren da. So, die Döse sind in Dialogen noch einfacher. zu überreden. Außerdem sind sie mit den Skills einschüchten einfacher zu beruhigen. Okay. Bleimangel. Gewehrschütze. Naja, dann bleib ich aber trotzdem noch dabei. Das muss ich sagen. Weil mit Dialogen und alles drum und dran, da wirst du schon relativ weit kommen im Spiel. Und das Ganze, das ist mir schon relativ sehr, sehr wichtig. Okay. Dann muss ich mir einfach mal mit einer so reden. Ich hab mir gedacht gehabt, irgendwer will was von mir. Weil die, wo ist denn da die eine alte da? Das ist ja wieder das nächste. Das wäre aber schon lerrend, wenn du wenigstens sehen könntest auf der Map, wo die NPCs hier sind. Das würde mich schon ein bisschen reizen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wie schaut's aus eigentlich mit dem Garten? Essens, essensmäßig ist Bombe. Ha, aber essensmäßig hast du da alles. Da hast du alles, was das Herz begehrt? Vielleicht sind sie eh alle schlafen. Das ist ja wieder das nächste. Vielleicht kann ich irgendwen aufwecken. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Eigentlich nicht. Oder eigentlich nur mit ihr reden. Ja, ja, steh auf oder komm. Hi. Erzähl lieber nichts über diesen Ort. Man kann niemandem vertrauen. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Warum denkst du wir sein, Freundin? Okay. Ich höre. Cool, 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 cool. Ich gehe zum nächsten. So, was ist mit dir, Chef? Können wir ein paar Sachen tauschen? Nein, 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 nicht tauschen. Weg, geh mal auf den Habschi. Der will vielleicht was von uns. So schaut's aus. Was gibt's? Lass uns handeln. Hier läuft es richtig gut, was? Ich nehme nur die Maurizio. Hi. Aber wir sind alle im Bett schlafen und alles, geil. Geil. Du brauchst irgendwas, hab ich gehört. Ist doch hoffentlich kein Problem, einen Stuhl für die alte Mama Murphy zu machen, oder? Was für ein Stuhl? Kannst du nicht einfach irgendeinen Stuhl nehmen? Das dritte Auge laubt mich in letzter Zeit wirklich aus. Mir tut alles weh, auch wenn ich mich hinlege. Ich weiß, dass es komisch ist, heutzutage einen maßgeschneiderten Stuhl zu wollen. Aber das würde mir echt helfen. Sogar noch maßgeschneidert? Ich helfe gern. Danke. No bum. Maßgeschneidert sogar. Bist du teppert, oder? Die verlangt, oder? Jeesus. Aber maßgeschneidert, oder? Bist, aber. Die hat auch eine Wünsche, oder? Sind wir hier bitte? Wünsch dir was, oder was? Bist du teppert? Na gut. stühle bank bank flugzeug 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 hocker 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 stuhl ist halt die frage ob ich das an maßgeschneiderten stuhl machen kann mir das sind eigentlich quasi nur stühle steht nicht extra explizit maßgeschneidert aha ist halt wirklich eine frage was sie jetzt unbedingt halt will was für einen weißt du was ich mein das ist jetzt die ganz ganz große frage weil es gibt so viele ich mach der auch alle wie es will aber dennoch wird ein bisschen bei der realität bleiben die 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 portionen die braucht nicht glauben die konnte sich irgendwas nehmen sehr schön so das machen wir jetzt das gebe ich jetzt kurz weg so ein stuhl sommer basteln aber maßgeschneidert das ist das was mich halt so ärgert maßgeschneidert was für ein stuhl genau ich kann da raus basteln mir ist es wurscht ich kann es der auch gemütlich machen aber da gehe ich lieber rüber da muss ich ganz ehrlich sein da gehe ich lieber rüber da was geschneidert das ist da ja das ist aber ich tue mich mal du mich mal da so ein bisschen austoben du hast sehr sehr viele stühle fernseher brauchst du nicht kannst du nicht nutzen das gebäck das gebäck ganze kuchenreis ausseh ist jetzt aber echt eine echt sehr sehr gute frage was halt gemeint wird mit mit dem was sie unbedingt das ist ja das nächste die wir unbedingt ein maßgeschneiderten das ist ja der wünsche die alte bis der wahnsinn schlimmer als wie meine so auch nicht der richtige sorgste da da sitzt man bis morgen mit dem stuhl nächster stuhl das ist es super der oder die schau dir den stuhl oder der ist ja hüte oder besser als wie bei mir daheim oder ich sag's dir der her geht es besser als wenn ich nur wegen einem dritten auge oder nur weil dir da so ein wazen im gesicht hat ah sehr schön beide beide tranks stößen jetzt gerade aufeinander bei beide tranks digger der linie train und der herr train oder bis deppert ist der maßgeschneidert okay schon wochen interessantes das ist wieder eine bank das ist tisch bank bank stuhl oder was für ein scheiß verfickten stuhl will die tante haben also wenn es mir jetzt sagt er hat keine sitzmöglichkeiten heute oder nieder schwöder schwöder die heute nieder ja aber folg aus aber folg aus fix alter was für ein scheiß verfickten sessel video oder zu klaus zu wiki klaus ja da beim gang oder irgendwas vielleicht wieder nur irgendeiner beim gang auch noch sitzen so bald habe ich nicht einmal mehr was sessel ist kein stuhl weil ich schon explizit eigentlich alles ist unter der kategorie stühle aber dennoch dann sage ich ja mit absicht stuhl oder nicht nächster nächster es gibt keine sitzmöglichkeiten für die madame ich folge nur für einen freund wo es für einen verfickten stuhl willst du haben ich will nur ein bisschen handeln nicht handeln weck dir wieder auf weck dir wieder auf bin heiß jetzt bin ich heiß oder weißt wie viele sitzplätze du jetzt hast er kann ganz 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 der welt sitzen es ist so nett von dir dass du mir hilfst ich glaube jetzt du kannst ich glaube zuck aus danke dass du mich hilfst bei die stühle oder ich glaube er haut der kleine in die nieder bist du ein paar tantel waren gar nicht schlecht aber ich hatte ich hatte ihre kleine debatten was für was für stuhl braucht ihr wieder bist du teppert oder ich hab eh bald keine holz mehr so wenn du mir jetzt sagst der pangler oder irgendwie ich hau die alte nieder ich so ich schwörs ich hau die alte nieder fix ich hau die nieder ich hau die nieder ich hau die nieder die alte ist mir wurscht ich hau sie nieder ich hau sie nieder ich hau sie nieder fix fix wenn du mir jetzt sagst du hast da noch immer nix zum sitzen ich schwörs dir hey 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 Zug aus Zug aus Stuhl haben wir wir haben alles was mit Stuhl zu tun hat haben wir Zug aus wenn das jetzt nicht passt wenn das jetzt an der alten nicht passt ich guck aus dann soll es mir ein Rezept geben oder irgendwas eine damensitzkiste oder irgendwas braucht ihr halt ich weiß nicht was die sich da wieder einbild also wenn sie da keiner hinsetzen kann dann weiß ich aber auch nicht ich zog nur aus ich würde halt nur gern die die Mission fertig kriegen nur wenn ich sehe dass da halt keine Sitzmöglichkeit ist weil sie unbedingt was ganz ganz bestimmtes braucht ihr dann tut es mir leid dann kann ich ihr wohl erschossen gehen braucht anscheinend was ganz ganz bestimmtes darf ich alles 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 Sessel schau ich hab nicht mehr mehr Holz Stuhl das gehört auch noch dazu da oder weißt du was das jetzt alles für eine Ressourcenverschwendung ist nur wegen der Depperten Sofa das Stuhl 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 Wetten die sagt jetzt zu mir noch immer sie hat nichts zum sitzen da geh auf Seiten geschissen da schau 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 den kannst sitzen bist du Deppert wo ist die Ode ich haus nieder ich haus nieder bist du noch immer am schlafen da ich will nur ein bisschen handeln nicht handeln eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein ich habe es gesehen du sagst mir das jetzt du sagst mir das jetzt Digi fließt du sagst im Barmenü ok und wo soll du es sein Jetzt bin ich baff Wo? Ich habe jeden einzelnen Stuhl habe ich jetzt quasi gerade platzieren lassen Da ist kein Stuhl dabei Siehst du nicht diese Frustration gerade in mir? Oh Der Stuhl kriegt jetzt einen Ehrenplatz Der Stuhl kriegt jetzt gerade einen Ehrenplatz Da, schau Da kann sie sich hinsetzen Forever alone Ist mir wurscht Da, da In die stille Ecke Mit die schön brav die Pappen halt Bis da teppert Bis da teppert Brennhaas Brennhaas auf dir Brennhaas Er hau die alte nieder Er hau die alte nieder Bis da teppert Die kriegt auch eine von mir Da Und? Schön, dass dir alles weh tut Schön, dass dir alles weh tut Mir tut hab halt alles weh Wenn ich da schlagen hab Ich muss mich hinsetzen, Kind Ich schwörst, wenn du dich nicht hinsetzt Wenn du dich jetzt nicht auf diesen Spezialsessel hinsetzt Ich schwör's dir Ich fick dich Ich fick dich ins Arschloch, Alter Ich schwör's dir, Alter Du setz dich jetzt gefälligst dorthin Es ist mir wurscht, ob du beim Arschfick jetzt krepierst oder nicht Es ist mir so wurscht Ich weiß, wie viele Ressourcen ich jetzt verschwendet hab nur wegen dir Weil du so geteppert bist Schwester, ich hau die alte nieder Ich hau die alte nieder Setz dich hin Setz dich sofort hin Setz dich sofort hin Ich schwör's dir Ja Ich schau dir sogar zu Ich geb dir sogar Damensitzkissen Du schleich dich jetzt da auf, Alter Der auf den Hurenzessel, Alter Ich fick deine Mutter und deine ganze Generation Du setz dich jetzt hin Hurenzroboter, geh auf die Seiten Komm, schieß da noch Komm, bei Fuß Ich kauf dir Damensitzkissen, Digger Pass auf dich auf, Schätzchen Du brauchst das dritte Auge Es sagt mir, dass Mentats uns den richtigen Rausch für einen weiteren Blick in dein Schicksal geschehen werden Die, Alter, will sich nur reinpfeifen, Alter Die, Alter, will sich nur reinpfeifen, Alter Die, Alter, was ist mit der, Alter Die, Alter Die, Alter Die, Alter Die, Alter Die, Alter Die, Alter Das dritte Auge sich öffnet Du suchst nach einem Mann Er kann dir helfen Aber er wird nicht der Mann sein, den du erwartest Er ist an einem tiefen und finsteren Ort Umgeben von Menschen mit grausamen Absichten Aber es gibt ein Echo Etwas in der Vergangenheit, das dir helfen kann Wenn du den fetten Mann und die wütende Frau triffst, sag ihnen Denk an den Steinbruch und Lily June on the Rocks Dann lassen sie dich und deinen Freund passieren Mach dir wegen mir keine Sorgen, Kind Die Camps spielen gerade ein wenig verrückt Ich werd schon wieder Früher oder später Ja, mir ist wurscht, ob's kapiert oder nicht Die kannst scheißen gehen, die, Alter Ich glaub, ich muss eh noch mehr Stühle besorgen, weil das ist ja Wow Überhaupt nicht brenn heiß jetzt Überhaupt, überhaupt nicht Bist du deppert Bin überhaupt nicht heiß, Alter Weißt du, wie glücklich ich bin? Bist du deppert, Alter Oh, los schmähne, Alter Fuck Boah Ich könnte dich ja halten So, darf ich es nicht in die Pappen hören Ich würde am liebsten kababababa Ich würde nicht mal aufhören, Alter Ja, schau, weil das muss ja gut aussehen Brauch die Nachtkasterler und alles, wenn sie da eigentlich hinläuft einmal zweimal das muss ja wohnhaft ausschauen genau passt und wir schauen jetzt einmal wieder essenstechnisch oder schutzmäßig werden da auch noch so einiges brauchen fix wo ist weg wo ist weg die alles weg ist jetzt bei wieder 100.000 sagen sachen lang länge mal breite beziehungsweise ressourcen wasser wasser könnten es definitiv brauchen so richtig geile anlage weißt du nicht wie das da so ist ich brauche jetzt einmal das muss einmal ein ins wasser wahrscheinlich fix in der prozent weiter ich bin brenn haus oder sie scheiß und so weiter bis zu kauf zu kauf wicke das ist nicht einmal mein alter ist nicht einmal richtige oder würde ich wenigstens verstehen wenn ich auszug da war sie wenigstens okay pass bleib ruhig brauner bleib ruhig aber da kannst du noch auszucken so bau einen generator das müssen wir dann auch wieder machen so jetzt haben wir wieder was zum fressen weil das ist ja ist ja kram für die die haben ja nichts das ist ja das sind schon schlecht dass sie können ja schon alle vom sessel freuen das ist ja das vor allem vom stuhl das ganze ja sicher gerade vom stuhl fallens gerade der stuhl dieser stuhl der der ganz ganz schlimm dieser stuhl der lässt nicht locker dass der stuhl verfolgt mich wahrscheinlich mein ganzes leben lang fix das ist ein scheiß verfickter stuhl verfolgt mich fix 100 prozent so ich tue das jetzt da noch so ein bissel lecker bis auf holz braucht man eh weil wir mehr holz vor dahinten so schaut es aus so das gibt auch noch weg steppert die dinge brauchen auch nicht aber ich brauchte schon auch ein halt der dinge da braucht was zum fressen oder so schaut es aus der bruder der bruder braucht was zum fressen einmal zweimal kerndalen mais willst du meinst du meinst du meinst du meinst du kannst London weißt du nichts mehr anders als der Millionen wie jemand ein paar Mellonen habe ich einen gehst du gibst du schäf da kann man doch gehen ein paying geschäßter krebewesen denn wie ein platzieren wollen wir das schuss und hinter dem weg ist so dass er einer daher die są andere er nach sich ja oder das nur level abs nur wegen die uns verschießen und stühle oder zu Guck aus, Alter! 100.000 Stühle, Alter, platziert, Alter! So kann man auch leveln, so kann ich am Maximum leveln ab. Komm, Alter, bis deppert. So komme ich auch, Alter. So komme ich auch weit. Bis deppert. So, das schaut auch gut aus. Da haben wir eh noch ein bisschen was zum Pflanzen. Schießt dich nicht, ah, da, bam, 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 bam. Da schießt dich, Alter, ich weiß nicht, von was es sich so ausschießt. Ich habe einen Hunger, die Havare da. Ich brauche noch ein bisschen was. Eins geht noch, eins geht noch. Scheiß Baum ist im Weg weg mit dem Dreck. Was hast du denn da Schönes? Gartenfeld. Sagst du mir das jetzt, dass es ein Gartenfeld auch gibt? Das hätte ich so richtig schön machen können. Wie mich das Spiel da so verarscht. Das Spiel will mich wirklich verarschen. Gartenfeld, oder weißt du, wie schön ich das gemacht hätte? Blünderstation, ganz, ganz wichtig. Das heucherts alles immer da bei der Hiten, da, der Hintere. Ich sag's dir, die Hiten wieder Wahnsinn. Wieder Bombenhiten. Läden? Was ist das da? Verkäufen, Rüstung. Ja, aber ich will keine Läden, ich will herstellen. Wenn dir lieber herstellen. Kochfeld haben wir eigentlich eh, aber... Achso, Rang 2. Wie steppert alles Rang 2? Wow, Alter. Sogar Werkbank. Ah, das ist aber Leihwand. Das kann man sich schon gönnen. So ein Mixer, so ein Kolossier und das Ganze wird schon super. Ist schon Leihwand. Läden brauchen wir nicht. Schutz, Energie. Ja, jetzt braucht der Hoverer wieder ein bisschen Energie. Das hat er bloß schon wieder sein Leben nicht. Mhm. Da haben wir eh einen so einen Generator, haben wir sich geholt, oder? Nein, haben wir noch nicht. Da, gleich fünf Stück. Alle sind wunderschön in einer Reihe aufgestellt. Wahnsinn, Alter. Ich bin ein Genie. Ich bin ein Genie, Alter. Super, super, super. Jetzt braucht der Hoverer noch ein bisschen Schutz. Weil wenn da noch ein paar mehr Leute daherkönnen, die brauchen ja ein bisschen was. Die brauchen ja ein Schuze, das geht ja nicht. Bis der gleich hier. Da, gleich nächstes. Achso, Stahl. Ah, okay. Da müssen sie sich selbst schützen. Dann können sie scheißen gehen. Passt. Dann bin ich damit einmal wenigstens fertig. Ich habe ja eigentlich quasi ja schon den Meisterrang. Ja, voll, ich habe ja noch einen Level ab. Ich habe ja normalerweise da schon den Meisterrang. Nein, das nächste ist, das nächste ist Meisterrang. Hm, ich kenne jetzt nur Experte. War es gut zu wissen. Da habe ich gesagt gehabt, das war das letzte. Der Ladykiller, allein schon nur wegen der Dialoge. Weiter geht's. Dein Verdauungstrakt hat sich in die Eigenschaften des Ödlands angepasst. Du nimmst weniger Strahlung durch Essen und Trinken. Das stellt mich ehrlich gesagt eher weniger. Bleibt tödlich. Auch aus der Fernangriffe mit nicht automatischen Gewehre verursachen 20% mehr Schaden. Ja. Ja, das kann man nehmen. Ja, bin ich definitiv zufrieden. Fix. Und der will jetzt, dass wir dann zu der Fah- Achso, wir haben nix. Passt. Aber der will jetzt, dass wir da Kooperationen haben. Und das Ganze, der will jetzt, dass ich Anführer bin und alles drum und dran ist. Der Wahnsinn, nicht? Schlimm. Ich muss wieder alles machen. Super.